Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Serie rund um die Samsung Galaxy Buds 2 und heute möchte ich sie mit euch zusammen einrichten. Wir gehen einmal durch das Setup und ich zeige euch die ersten Schritte beziehungsweise einmal die Wearable App. Was kann man einstellen, was kann man machen und so weiter und so fort. All das in diesem Video. Ja und weil ich oft danach gefragt wurde, wie richtet man es auf einem Samsung Smartphone ein und auf einem Nicht-Samsung Smartphone, machen wir es heute mit beiden einfach. Ihr könnt über die Kapitelmarker hin und her springen, also was ihr gerade für ein Smartphone habt, guckt einfach rein. Hier seht ihr schon auf der rechten Seite ein Samsung Smartphone und da ist schon der erste Vorteil, denn im unteren Bereich bekommt ihr ohne die Wearable App zu öffnen oder ähnliches schon einen Hinweis, dass ihr die Buds 2 jetzt mit der Wearable App koppeln könnt. Das ist halt ein Vorteil, so ähnlich wie bei Apple, da funktioniert das auch, wenn ihr da Airpods habt oder sowas, ist das die gleiche Logik. So funktioniert es auch bei Samsung mit den Galaxy Buds 2. Da ist die Kopplung halt nochmal ein bisschen einfacher, wenn ihr ein Samsung Smartphone habt, als wenn ihr ein anderes habt, aber das gucken wir uns gleich danach nochmal an. Wenn ihr kein Samsung Smartphone habt, nicht verzagen, das nächste Kapitel schauen, so einfach ist das. Und wir gucken jetzt hier einmal, was passiert, wie gesagt, auf dem Samsung Smartphone. Da müsst ihr im ersten Schritt, nachdem so ein bisschen was runtergeladen wurde und so weiter und so fort, bestätigen, ob ihr die Diagnoseberichte senden möchtet. Das ist optional, würde ich nicht machen. Galaxy Buds 2 mit Galaxy Buds 2 verknüpfen, das meint das Plugin mit den Galaxy Buds 2 verknüpfen. Lasst euch da nicht von der Sprache irritieren. Ich glaube, da hat man bei Samsung irgendwie ein bisschen was vergessen mit reinzupacken in diese Meldung. Und dann ist es auch schon durch. Also auf einem Samsung Smartphone geht das wirklich ratz, ratz, fatz. Nicht viel langsamer allerdings auf einem Nicht-Samsung Smartphone. Und da würde ich sagen, das gucken wir uns jetzt direkt im Nachgang mal an. Wer jetzt schon mit der Einrichtung durch ist auf seinem Samsung Smartphone, der springt einfach ins übernächste Kapitel. So, gleiches Spiel, diesmal aber kein Samsung Smartphone und wir richten auch hier die Galaxy Buds 2 nochmal ein. Ihr müsst natürlich auch da die Wearable App installiert haben. Ich denke, das ist klar, das bekommt ihr aber sicherlich alle ohne Probleme hin. Und wenn ihr dann in der Wearable App seid, dann müsst ihr hier über den linken Bereich einmal ein neues Gerät hinzufügen. Im Gegensatz zu Samsung reicht es hier halt eben nicht, einfach die Kopfhörer auszuklappen oder vielmehr aufzuklappen, sondern ihr müsst schon suchen, aber dann tauchen sie auch hier relativ zügig in der Liste auf. Einmal draufklicken und dann beginnt schon der Verbindungsvorgang. Jetzt könnt ihr das Ganze dann einfach nochmal koppeln. Das ist dann, um diesen Vorgang sozusagen einzuleiten. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr mögt, auf das Lesen der entsprechenden Anruflisten und so weiter klicken. Und dann müsst ihr, und das funktioniert halt auf einem Samsung Smartphone automatisch noch separat, die jeweiligen Plugins installieren. Das gilt ja auch für die Watches und so weiter und so fort. Lasst euch da aber nicht irritieren. Das ist einfach ein weiterer Installationsvorgang. Überhaupt kein Problem. Danach springt ihr nicht zurück in den Google Play Store, so wie das jetzt bei mir hier passiert ist, sondern ihr müsst einmal zurück in die Wearable App. Dort einmal reinschauen. Und dann seht ihr relativ schnell, dann geht es auch da weiter. Und der weitere Vorgang, der ähnelt jetzt sehr stark dem beim Samsung Smartphone. Also hier einmal die Diagnosedaten, wenn ihr mögt oder nicht bestätigen. Dann einmal hier verknüpfen, zwischen den Buds zulassen. Dann müsst ihr tatsächlich jetzt noch, und das ist aber eher dem Smartphone geschuldet, also dass es ein Nicht-Samsung Smartphone ist, noch die Möglichkeit zulassen, dass Benachrichtigungen eingelesen werden. Das, wenn ihr dann zum Beispiel vorgelesen bekommen möchtet über die Kopfhörer oder Ohrhörer, wer euch gerade anruft, dann müsst ihr das hier einmal aktivieren. Lasst euch nicht irritieren mit Gefahr und so weiter und so fort. Das ist, ja, sollte man nicht bei jeder App machen, aber ich glaube bei Samsung kann man durchaus darauf vertrauen, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird. Und dann sind wir auch auf dem Nicht-Samsung Smartphone, an dem Statuspunkt, den wir vorhin erreicht haben. Also das heißt, die Kopplung ist vollzogen, die Kopfhörer sind einsatzbereit. Und im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt einmal, was sind so die ersten Schritte, was kann man tun und wie sind die Einstellungen in der App. So, und da gucken wir jetzt auch direkt mal drauf. Das ist die Wearable App, wenn ihr die Galaxy Buds 2 eingerichtet habt. Hier seht ihr, sie sind verbunden, also insofern, hier könnt ihr über Verwalten dann die Buds auch wieder löschen. Das funktioniert hier über diese Position Verwalten. Und ansonsten seht ihr hier jetzt im oberen Bereich den Akkuzustand oder den Ladezustand eurer Ohrhörer und auch des Cases. 97% des Cases und beide Ohrhörer haben entsprechend 100%. Und hier unten sind dann die weiteren Einstellungen. Und die gehen wir jetzt in der Folge mal durch. Starten möchte ich aber mit dieser ersten Erklärung. Da könnt ihr nochmal nachlesen, wie die Ohrhörer richtig zu tragen sind, wie sie ins Ohr auch eingesetzt werden und so weiter und so fort. Und ihr seht hier auch links und rechts ist nochmal markiert, wobei im Normalfall bekommt man die Kopfhörer oder Ohrhörer entsprechend auch nicht andersrum rein. Also insofern sollte das auch funktionieren ohne das zu sehen links oder rechts. Aber das ist dann auch nochmal markiert. Hier seht ihr dann nochmal oder ist nochmal die Anweisung, dass das Ganze auch abdichten soll. Es gibt übrigens jetzt auch einen Testmodus, ob das vernünftig abgedichtet ist. Das finde ich ja wirklich super, weil dann merkt ihr, ob ihr das richtig eingesetzt habt und so weiter und so fort. Kommen wir aber später nochmal zu. Genau, hier die Berührungssteuerung. Ihr könnt natürlich über die Touch-Oberflächen auf den Buds 2 auch entsprechend euer Smartphone beziehungsweise Anrufe und so weiter entgegennehmen. Da gibt es verschiedene Optionen und zwar, ob ihr einmal tippt, zweimal tippt oder dreimal tippt. Das springt hier so ein bisschen runter. Ich halte es jetzt mal fest. Bei einmal tippen ist Titel wiedergeben oder anhalten, das heißt Musik, Stopp oder weitermachen. Dann nächsten Titel beziehungsweise einen Anruf entgegennehmen und dreimal tippen ist vorherigen Titel wiedergeben. Und wenn ihr dann drauf gedrückt berührt und dann drauf gedrückt haltet, ist das noch eine zusätzliche Funktion, die ihr hier konfigurieren könnt. Und das empfehle ich euch auch, wenn ihr nicht gerade hier unten in dem Bereich die Geräuschkontrolle wechseln möchtet, sondern euch fest auf ANC oder sowas verständlich. Könnt ihr nämlich darüber die Musik lauter und leiser machen. Das haben manche meiner Kollegen gesagt, das würde nicht funktionieren. Ist aber Quatsch, das geht. Ich habe es auch schon ausprobiert, also insofern, das ist überhaupt kein Problem. So, und dann Kopplung mit einem Telefon oder Tablet, sodass ihr das Ganze auch on the fly sozusagen hin und her bewegen könnt. Auch das funktioniert natürlich mit den entsprechenden Galaxy Buds 2. Und wenn ihr neu koppeln wollt, ist es so, dass ihr die in die Ladeschale legen müsst und dann für drei Sekunden lang drücken müsst, sodass der Kopplungsmodus wieder aktiviert wird. Ja, das erstmal soweit zu der Einführung. Jetzt gucken wir uns mal die nächsten Punkte an. Und zwar als erstes hier diese Geräuschkontrollen. Dazu muss ich allerdings die Ohrhörer einmal auch anziehen. Das heißt, sie können jetzt hier nicht mehr so im Video auf dem Tisch liegen, sondern ich muss sie einmal in meine Ohren stecken. Danach kann man dann auch die entsprechende Konfiguration vornehmen. Und da sehen wir auch schon, dass das, wenn ihr die Ohrhörer drin habt, sofort auf aktive Geräuschunterdrückung springt. Ihr könnt aber auch auf Umgebungsgeräusch umstellen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich bin in der Bahn und möchte es gar nicht so abgedichtet haben, dass ich die Durchsagen der Bahn oder was weiß ich was noch höre, dann könnt ihr auch die Alternative dazu wählen. Ja, ANC werden wir uns im Test mal angucken, wie gut das funktioniert. Kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Werden wir dann, wie gesagt, im finalen Test uns einmal anschauen. So, Berührungssteuerung habe ich euch gerade schon gezeigt. Da könnt ihr lauter leiser konfigurieren und auch, ob ihr das benutzen wollt oder nicht. Ihr könnt einstellen, wie die Geräuschkontrolle wechseln soll, ob zwischen ANC, Active Noise Cancellation oder nicht oder einen aus. Wie auch immer, da könnt ihr tatsächlich sehr, sehr viel konfigurieren. Im Bereich der Ohrhörereinstellung ist es so, dass sich der Equalizer jetzt hier befindet. Der war vorher auf der übergeordneten Ebene, ist aber ansonsten identisch. Ihr könnt hier den Bassboost einschalten, wenn ihr extrem Bass haben wollt oder halt auch eher dynamisch oder klar. Das ist ja so ein bisschen Geschmackssache, was man da am liebsten haben möchte. All das lässt sich hier konfigurieren. Nächster Punkt, haben wir vorhin die Einstellung zugemacht auf dem Nicht-Samsung-Smartphone, dass wir auch die Berechtigung für die Benachrichtigung eingestellt haben für die App. Denn ihr könnt euch über die Ohrhörer auch Nachrichten bzw. Informationen darüber, dass ihr eine Nachricht bekommen habt, vorlesen lassen. Wenn euch zum Beispiel jemand anruft, sagt der Ohrhörer zu euch, es ruft Herr XYZ an. Das funktioniert dann über diesen Menüpunkt und lässt sich dort konfigurieren. Nahtlose Ohrhörerverbindung ist eine Funktion, die tatsächlich nur mit Samsung-Accounts funktioniert. Und zwar bedeutet das, ihr könnt quasi vom einen auf das andere Gerät ohne Probleme übergehen. Ist aber, ja, ich sag mal, das ist eine gute Funktion grundsätzlich, aber das funktioniert bei Samsung nicht immer hundertprozentig, zumindest aus der Vergangenheit. Ob es hier jetzt besser ist, das schauen wir uns dann im allgemeinen Test einmal an. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der tatsächlich neu ist, denn das ist der Anpassungstest. Und das prüft, ob ihr die Ohrhörer richtig eingesetzt habt. Und ihr seht hier, mein linker Ohrhörer ist nicht richtig drin gewesen. Und das hat er auch sofort erkannt. Und das finde ich tatsächlich super. Also das ist für Leute, die nicht genau wissen, wie sie die Ohrhörer einsetzen müssen, eine super Sache. Und dann drückt ihr den ein bisschen weiter rein, dann sitzt der besser. Und dann seht ihr auch hier schon, es hat perfekt funktioniert. Und die Anpassung ist entsprechend gut. Gut, das ist wirklich eine Funktion, die ich super finde, gefällt mir sehr. So, dann haben wir einmal zurücksetzen, das ist vielleicht jetzt weniger für uns interessant. Hier könnt ihr noch aktivieren, dass die Geräuschunterdrückung anbleibt, wenn ihr einen Ohrhörer rausnehmt. Das ist halt auch, wenn ihr das haben möchtet. Und auch wenn ihr auf einem Ohr besser oder schlechter vielleicht hört, könnt ihr so ein bisschen die Balance hier noch aussteuern, sodass ihr da auch noch Möglichkeiten habt, das anzupassen. Ja, ansonsten bleibt hier unten noch das Software-Update. Falls es ein Firmware-Update gibt, könnt ihr das darüber machen. Und hier unten ist dann noch einmal aufgeführt, was für Daten zu den einzelnen Ohrhörern sind. Und auch nochmal die Akkukapazität. Habe ich euch ja vielleicht, wenn ihr das erste Video gesehen habt, schon gesagt. 61 mAh die Ohrhörer und über 470 mAh das Case. So, und damit sind wir im Prinzip auch schon fast durch. Wir haben noch eine Funktion, die offen ist, und zwar die Ohrhörer finden. Die muss ich aber dazu einmal wieder aus meinen Ohren rausnehmen, denn dann funktioniert es meines Wissens nach nicht. Genau, und steht da auch nochmal, genau, dass es dann nicht funktioniert. Und jetzt bin ich mal ruhig, denn jetzt gleich kommt dieses Signal, was quasi sagt, jetzt werden die Ohrhörer gefunden. Ja, ein etwas lauter werdendes Vogelgeräusch oder ähnliches, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall darüber könnt ihr dann eure Ohrhörer noch suchen. Und das haben wir am Anfang schon gesehen. Ich hoffe, das konnte euch ein kleines bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt zur Einrichtung, zur App und so weiter und so fort, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wer den Test sehen will, der klickt jetzt auf Abonnieren und macht die Glocke an, denn der Test kommt in wenigen Tagen. Und dann werden wir uns nochmal angucken, ob die Buds das halten, was sie versprechen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag und sage Alexa, Kamera aus. Okay.